Die Sozialdemokraten werden die Nominierung von Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission unterstützen, wenn sie die beiden rechtsradikalen Fraktionen dauerhaft von einem Bündnis ausschließt. Der Generalsekretär der Europäischen Sozialdemokraten fordert zudem eine Einigung über die groben Linien des legislativen Programms. Die während der Kampagne geäußerte Zweideutigkeit von der Leyen sei nicht akzeptabel. Als zweite Kraft in diesem Parlament fühlen sich die Sozialdemokraten berechtigt, den Vorsitz des Europäischen Rates zu übernehmen, der von ihrer Seite aus von den Regierungschefs Deutschlands und Spaniens ausgehandelt wird. Der ehemalige portugiesische Premierminister wird von Scholz und Sanchez unterstützt, trotz der Korruptionsaffäre vom vergangenen Jahr, in der Antonio Costa allerdings nur als Zeuge und nicht als Verdächtiger vernommen wurde. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Friedrichsen wurde ebenfalls als mögliche starke Kandidatin genannt. Die Liberalen sollen als dritte Kraft den Posten des hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik bekommen.